Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir spielen heute wieder weiter und vor allem wir spielen dieses Mal wieder ein bisschen weiter mit ein bisschen mehr Ton. Und zwar beim letzten Mal, wer die letzte Folge gesehen hat, der hat mitbekommen, oder sollte mitbekommen haben, wenn nicht wäre es ein bisschen heftig. Aber auf alle Fälle, wer es mitbekommen hat, ich habe am Anfang ganz normal Ton gehabt und habe dann aber mittendrin, oder was mittendrin, nach den ersten 5 Minuten, 6 Minuten waren es, dann, ja, die Sprachspur irgendwie verloren. Ging irgendwie nicht mehr. Und, ja, war ein bisschen blöd. Ich habe jetzt das andere Video so gelassen, wie es war. Warum? Es ging sowieso relativ viel mit Videos und Familiendrama und was der Kuckuck jetzt bei Michael. Und ich finde, da hätte man jetzt nicht zwingend was sagen müssen. Deswegen, wie gesagt, habe ich es auch so gelassen. Und, ja, wir sind jetzt hier. Wir sind mit einem nackten Driver unterwegs. Und... Warte mal, ist das unser Büro? Vom Stripclub? Ja. Das ist er auch. Na gut, gucken wir mal. Ich glaube, wir können auch hier auf der Seite raus... Warum sind wir eigentlich nackt? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ah, okay, es ist taghell. Und unser Auto steht vorne. Na gut, gucken wir mal. Aber warum wir nackt sind, habe ich echt keine Ahnung gerade. So, nee, wir fahren jetzt natürlich mal mit Trevor seinem Auto. Und gleichzeitig gucken wir nochmal, was sollten wir noch machen. Einmal hier oben war noch eine Mission zum Erledigen. Da konnten wir noch ein bisschen was klauen. Ich würde sagen, dann gehen wir gleich mal hier rüber. Ich habe es beim letzten Mal oder auch grundsätzlich schon relativ oft gesagt, würde ich behaupten. GTA 5 ist ja jetzt eigentlich von der Story her schon wirklich bald durch. Also so lange haben wir nicht mehr. Und da bin ich schon ein bisschen traurig drüber. Ich habe muss... Ja, eigentlich muss ich sagen, ich habe gehofft, dass wir hier noch ein Story DLC irgendwie bekommen werden. Bekommen haben wir es leider nicht. Aber, ja, es ist jetzt Glück gesagt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber doch, eigentlich habe ich es aufgegeben. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Wenn doch, wäre es ein bisschen arg spät. Aber ich würde es trotzdem spielen, ganz ehrlich. So, einmal kurz durchlassen. Aber, wie gesagt, leider ist die Story jetzt hier dann bald durch. Wir haben jetzt noch, ich glaube, 10 Missionen waren es ungefähr. Warten wir, 10 Missionen waren es noch, oder? Oder 11, ist scheißegal. Aber auf alle Fälle, wie gesagt, sind wir bald fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Geld scheffeln. Und das ganze andere Zeug kaufen. Und dann bin ich, was das angeht, zu mir ist ein bisschen glücklicher. So, okay. Ich habe beim letzten Mal auch schon mal angefangen, Story Modus. Äh, Story Modus sage ich, den Online Modus. Leider war es auch da so. Habe ich, ähm, nicht verwenden können, die Aufnahme. Weil da ein paar Leute gemeint haben, sie können sich nicht zusammenreißen. Mein, hau ab, ey. Die können sich nicht zusammenreißen. Und deswegen ging es leider nicht. Ich konnte es so in dem Ausmaß nicht machen. Ich habe zwei Stunden aufgenommen. Leider, wie gesagt, waren da ein paar Leute, die zu viel Blabla gemacht haben. Und, ähm... Was begibt sich zu Carry? Ah. Und deswegen, wie gesagt, konnte ich es nicht machen. Oder konnte ich es nicht hernehmen. Ey, Alter, wo... Hey, Carrie, kann ich deinen Brot? Ich bin ein großer... Dexy, Dexy, Dexy! Das ist deine Fault, du stöpige Brot! Bist du Dexy? Da, da. Ich weiß, das ist weirrt für alle uns. Gut, dass er hier festgedeetscht ist. Batschitt, crazy lady, very happy. Okay, now, get back to Carry before she uses this as an excuse to go back to rehab. Wo ist denn der hin? Nein, ich will rufen Nigel an. Jock! Celebrity Newsflash! Maniac steals Call-It from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills! Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Oh, I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to, to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically and balanced than myself. Mal eine Frage, ja, ganz ehrlich. Warum haben wir einen Teddybären im Kühlergrill? Direkt auf den Fersen. Abschluss 100% war natürlich nicht schwierig. Ich bin, ähm, bzw. der Hund ist im Auto hängen geblieben. Aber, naja, mich soll es nicht stören, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem, Teddybär? Warum? Weil Weihnachten erst bald kommt? Ich hab gedacht, ich komme noch vorbei. Rockford Hills haben wir hier links noch dabei. Vor allem, wir sind gerade bei Franklin und hier, ja? Das ist nur die Frage, was genau muss ich hier hinten nochmal holen? Aber ich glaube, es war auch nochmal ein Auto oder irgendwas. So, da muss man bloß... muss drauf kommen, irgendwie. Aber ich meine, dass wir hier einmal ausfahren können, oder? Schauen wir mal. F. Wen hatten wir bei F? Franklin, glaube ich, dürfte es nicht gewesen sein. So, okay. Also, wir sind hier auf alle Fälle schon mal da. Es ist nur die Frage, wie komme ich... Ach, hier ist die Tür. Da komme ich rein. Und wir haben hier schon mal so ein kleines Golf-Caddy. Dann nehmen wir uns den auf. Jetzt dachte ich gerade, der föhnt den Rasen. Äh, steht die Golfschläger von Mark Forstberg. Äh, Forstburg. Forstberg, wahrscheinlich. Ähm. Der gehört nicht zu uns. Ich muss immer dran denken, wenn ich jetzt hier mit so einem Golf-Caddy rumfahre. Immer an Jackass, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, hallo, ich habe keine Jacke, äh, keine Dinger. Ach, da... Ah, okay, der eine hat sich noch versteckt hier hinter dem Ding. Okay, das war schlecht. Auf alle Fälle erinnere ich mich voll dran, dass es, ähm, also an Jackass quasi. Und das ist ja... Übertrieben heftig gewesen, wo sie, wo sie, ähm... Hä? Wo ist jetzt der? Ach, hier hinten. Da, wo der auf alle Fälle... Wo sie umgefallen sind, so. Shit, 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 shit. Habe ich sie jetzt umgebracht? Ach, was? Was auf die paar Meter? Das heißt entkommen? Okay. Alle guten Dinge sind drei, ne? Jeder weiß es. Bei mir dauert immer alles in der Regel immer länger. Warte mal. Da der in diese Richtung weiterfährt, werde ich jetzt gleich mal hier rüber gehen. So, okay. Da sitzt noch einer. Gut, dann können wir hier mit dem Golfschläger abhauen. Und was haben wir jetzt? Zwei Sterne haben wir jetzt. So. Hängen die Bullen ab. Genau, hier im Dingskostüm da oder was. Nackt in Unterhose und hier im Golf-Caddy. Komme ich hier oben irgendwo raus? Ich glaube, über die Hecke, glaube ich, kann ich nicht drüber laufen. Da müsste halt eigentlich auf... Ach, warte mal. Ich kann eigentlich auch stehen bleiben, oder? Die kommen doch hier sowieso nicht rein. Warten wir mal ganz kurz. Aber ich glaube, eigentlich dürfte sich da gar nichts fehlen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, habe ich gesagt, Frau Thornhill. Das ist natürlich schön zu hören. Und... Mal ganz kurz nochmal hier. Stopp. Also, bremsen tut das Ding echt schlecht. Unter Paar 50. Hole in one. Ist alle auf einmal? Oder auf einen Schlag? Naja, egal. Was ist denn da gerade falsch im Sprung? Hallo? Nein. Ponsby! Hatten wir. So, jetzt ist die Frage. Fahrt wir hier mit diesem Golf-Caddy weiter? Ich meine, Geschwindigkeit hat ja schon ein bisschen, aber... Boah. Lenken geht halt mal gar nicht. Ja, oh mein Gott. Würde ich auch sagen. Ganz ehrlich, wenn du so einen alten Opa auf dem Caddy siehst. Ah, der ist kaputt jetzt. Mist, der zieht nach rechts. Ach, die Achse ist kaputt. Naja. Macht nichts. Ich war mir jetzt eh nicht sicher, ob wir mit dem weiterfahren sollen. Und was will ich jetzt für ein Auto? Ich glaube, ich nehme den. Ja, komm. Ja, das glaube ich, ist eine gute Wahl gewesen mit dem Auto. Das ist natürlich die Frage, was haben wir oben noch zu tun? Oben drüber. Warte mal, das wollte ich auch noch ganz kurz nachgucken. Wir hatten ja hier Info. Äh, halt nicht, spannend. Nicht Info. Da. 100% Checkliste. Genau. Hier, 11 Missionen hatten wir noch. Hobbys, Zeitvertreibung. Wir haben noch 40. Vom Rest, äh, 7 und das Ganze da auch nochmal 7. Das andere 15. Also die Hauptmissionen, wie gesagt, sind bald vorbei. Ah, komm. Irgendwie. Momentan passt irgendwas nicht. Ich glaube, mein Rechner bekommt Alterserscheinungen. Momentan spielt er sich ein bisschen schwierig. Es sieht immer alles abgehakt aus aktuell. Weiß ich gar nicht, an was es liegt. Hat sonst auch immer funktioniert die ganze Zeit. Irgendwas mag nicht mehr. Ich glaube, dass die fast mit dem Arsch ist. Wir sind ja eigentlich noch dabei, wenn ich es noch ganz richtig erinnern kann. Ich habe jetzt seit zweieinhalb Wochen überhaupt nicht mehr gezockt. Was wir als letztes großes Ding zu tun hatten. Wir waren doch dann in Vorbereitungen schon, oder? Kann sein. Ich hätte schon gedacht. Ah, schon übel. Wenn man echt mal zweieinhalb Wochen mal so nicht zockt, oder so, dann komme ich gar nicht mehr rein. Alter. Es nervt. Unglaublich. Ich meine, ihr seht jetzt selber, das ist immer so ein bisschen weg. Ist nicht ganz so flüssig irgendwie, finde ich. Ich habe aber auch nichts zu verändern. Die FPS passt eigentlich auch total. Aber irgendwie... ...haut es nicht so ganz... ...haut es so ganz hin. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Muss ich dann mal... Muss ich dann mal gucken. Oh, nee. Kann ich die nicht abknallen? Ich weiß es nicht, was du sagst, was du sagst. Ich weiß es nicht, was du sagst. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Du wirst, was du sagst, was du sagst. Es ist nicht gut. Du kannst dich verletzten, bei deinen jungen Mädchen, bei deinen Dreisungs- und deinen Partys, und du wirst du schäuert. Du kannst du alles mit mir haben. Ein Beige Kondo, mit dem Wohlen-Wohlen-Sweatern, auf der Straße, ein bisschen Pferd, wir haben zu vieles Wohlen-Wohlen, weil ich mich zu Angst, zu schädig sein, zu zu sein, zu zu werden. Alles! Also, du schaust! Und ich weiß, dass wir uns nachdem, letzte Woche gestartet. All right? Stopp' mir zu mir. Nicht zu mir! Say etwas! Oh, ich wünsche du dich tot, ich wirklich. Oh, ich liebe dich! Oh, lass mich weg dich aus, von all of das. Du schaust! Psycho! Er wird mich verletzten, mein Ex-Fyo-Surrogate! Me? Me, der Psycho? Nein, du bist die verrückte Frau, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe dich. Du bist schade. Du bist irrationally wunderschön. Nichts, was du sagst, macht keinen Sinn. Du hast komplett keinen Kontrollen von deinen Emotionen. Wir haben nichts in Gommens. Oh, Baby, wir sind für uns gemacht. Probe es. Auf der Biste. Jetzt. Oh, schade, Jesus. Oh, Baby, warte, warte, warte. Ich habe dich. So, fahr'n, rennen. Ich hasse gerade fahren. Habe ich schon mal gesagt? Du bist nur perfekt, Crazy Cakes. Du wirst so kraschen. Du bist unglaublich. Marriere mich, bleib' mit dir. Hör'n, nicht mit mir. Ich habe deine Ehre geführt. Ich habe die Alpha Male ausgesucht. Evolution demandt, dass wir rot-like Beasts. Oh, Gott. Sury, die misogynistische Wäse der Jungle-Bullshit. Ist das supposed to impress me? Fuck, where did you come from? Also, ich glaube, wir schaffen's. Just think of all the angry revenge-sex. Okay, und man sieht schon unten, Trevor, seine, seine Kondition ist ein bisschen für den Arsch. Wow, warte mal, das müssen wir jetzt noch. You got this. Woo! I win! Come on! Come on, what? Sex reward! That's how this works. You're deluded. Spread your genome in a gym sock. Oh, fuck, I love you. Hold me! Mary-Anne! Dämonen-Austreibung, Trevor. Guter Radler und schneller Sieg. Das klingt natürlich schon mal gut. So, ähm... Haben wir mit Trevor nichts zu tun? Ist alles weg? Echt, oder? Joa, das ist... In der Tat so. So, Trevor, dann kannst du eigentlich, würde ich sagen, mal hier irgendwie... Warte mal, hier liegt noch... Was ist denn das hier? Hallo? Hallo? Ach, falscher Knopf. So, hier. Was ist das hier? In der Weste. Nicht schlecht. Aber ich würde sagen, dann lassen wir Trevor mal auf dem Fahrrad sitzen und, äh... Wechseln. Ah, nee, Online-Modus machen wir jetzt nicht. Warte mal, was haben wir hier jetzt gehabt? Ausdauer war gut. Das andere ist viel besser. Ah, okay, Trevor ist da schon am schlechtersten von denen. Was machen wir jetzt? Michael... Ah, nee, wir nehmen jetzt mit Franklin. Gucken wir uns an. Was wir mit ihm noch zu tun haben, sind noch drei Missionen. Das andere sind noch drei Missionen. Also viel bleibt nicht mehr übrig. Hey, Mann, es ist Franklin, Mann. Ich folge den Architekten. Okay, nicht schau. Okay. Hey, dumm! Also zu nah gehe ich jetzt mal nicht ran. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, inwiefern wir da, ähm... Genau dranbleiben müssen. Oder wenn wir zu nah kommen, lassen wir nicht aufliegen. Aber es stand nichts dabei. Dann schauen wir mal. Die Baustelle selber wird nie fertig, irgendwie. Was wohl noch cool wäre? Wenn es mal so ein GTA mit Kapiteln geben würde. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Ne, äh, das geht ja auch ein bisschen in Kapitel ist. Und zwar, dass man sagt, okay, so Kapitel 1, so das und das und das. Man kann, äh, Kapitel 2 verändern sich ein bisschen Gebäuden und die Story und die Stadt und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Und, ähm, dass man zum Schluss dann, wie im letzten Kapitel, dann ein bisschen andere Sachen hat. Ähm, und dass sich die Stadt halt im Gegensatz zu dem Kapitel 1, ähm, verändert. Wäre, glaube ich, ganz cool. Äh, hallo? Ich hab den Architekten verloren. Ist der hochgefahren? Hätte ich jetzt... Hä? Ich hasse es. So, bla bla bla. Jetzt holen wir uns jetzt mal noch einen Helm. Wie auch immer. Architekt on site. So, lass mal ganz kurz gucken. Okay, also rangehen kann ich scheinbar. Wenn ich an ihm vorbeigehe. Franklin ist zu nahem Architekt. Ja. Hab ich mal schon fast gedacht. Anything we need to be worried about? The only thing we're worried about is you changing the plans again. There's always scope for improvement. Always is. Those idiots drill the new caissons on the west side. You're kidding me. The bedrock ends there. We need caissons on the east side. Ah, don't try. Ah, ja, schön, dass beide Aufzüge gerade runterkommen ist. Das hab ich echt nicht gesehen, dass der hier in den Aufzug gefahren, äh, gegangen ist. Aber unten der Punkt zumindest, der sah so aus. Sie werden nicht schon mal Straßenbahn gefahren? Ich glaub nicht, oder? Guck mal, die gleich noch mal. Oh, schau, das ist der großen Artikel. Studie ihn und studie ihn hart. Ich war gonna wipe my ass on'em. Das sind die Ingenieurpläne. Die sind, die sind wie ein religiöser Text. Schau? Ja, das ist es. Wie sie immer gegenseitig meinen, sie werden besser wie der andere. Aber wir waren hier schon mal, ne? Auf dem Gebäude. Ja doch, schon. Bringe den Architekten dazu, die Aktentasche rauszurücken. Das ist kein Problem, den fotzen wir einfach. Ah, ging einfach. Den müssen wir nicht mal dazu bringen, das ist auch ganz einfach. Verlass die Baustelle. Werden wir das nicht machen? Ah, halt, da kann ich das durch. Hallo? Hallo? Springst du da rüber? Nein. Kann ich da durch? Na, du kannst nicht springen, weil du einen Aktenkoffer in der Hand hast? Willst du verarschen? Unglaublich. So, die zwei Buddies hier machen ein bisschen, wie es aussieht, nichts. Aber dann hauen wir mal ab kurz. Hallo? Drück Knopf. Ich bin aber sicher, da kommt gleich irgendwas. Okay, wir legen sie mal kurz weg. Ja, die machen nichts. Okay, also wir steigen mal kurz in das Auto ein vom Architekten und hauen ab. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wobei, oben ist Franklins Auto noch, dann hauen wir mit dem an. Wo ist denn der Aktenkoffer? Okay, also den hatten wir eingesteckt. Das ist kein Problem. Dann auf zur Textilfabrik. Gucken wir uns da nochmal ein kleines bisschen um. Die Frage ist, ich habe es ganz egal, gar nicht mitbekommen, für was eigentlich wir den Aktenkoffer brauchen. Statt aber auch nicht dabei, oder? Oder war das vielleicht beim letzten Mal schon irgendwo? Ich habe jetzt zweieinhalb Wochen echt nicht mehr gezockt. Zumindest GTA nicht. Ich habe einmal kurz Planet Costa aufgenommen. Das war es, aber... Mehr nicht. Ach, warte mal, das war unser Versteck. So, jetzt halt. Das war für den letzten Job. So, jetzt komme ich wieder mit. Michael ist auch hier. Okay. Ah, jetzt haben wir den Aktenkoffer wieder in der Hand. Das ist toll. Die Nähmaschinen. Es sind Nähmaschinen.